Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer wieder. Herzlich Willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen wie immer unseren Trainer Daniel Weber. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Spiel ist vorbei, leider 2-1 verloren gegen 1860. Dein Fazit? Ja, Wahnsinnsleistungen von unserer Seite wieder. Wir verschlafen nur leider wieder die ersten 5 Minuten und dann kriegst du so einen Traumfreistoß-Tor. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, aber danach muss ich sagen, haben die Jungs ihren Hintern über den Platz bewegt, als wenn es Feuer drunter gewesen wäre. Und ja, wir haben es dem Gegner richtig eklig und schwer gemacht, gegen uns überhaupt ein Spiel aufzubauen. Wir haben sehr, sehr schöne Situationen bei ihnen rausgeholt, viele super Ballgewinne gehabt und dementsprechend auch gute Chancen rausgespielt sind, was gegen so eine Mannschaft sehr, sehr schwer ist. Aber man muss leider sagen, dass das Glück uns heute nicht so ganz holt war, weil auch dann die zweite Standardsituation natürlich ärgerlich ist. Und dann läuft es halt, wie es halt läuft. Du bist 2-0 in den Rückstand, schaltest dann noch mal ein Turbo. Das 2-1 macht es dann, was wir dann schön machen, genauso wie wir es eigentlich besprochen hatten für sie. Da hinten das Fenster ist oft offen gewesen und da sind wir sehr, sehr schön reingekommen. Und ja, am Schluss fehlt uns ein bisschen das Quäntchen Glück, dass wir vielleicht den einen Elfmeter kriegen oder der Abgefälschte vielleicht drin ist. Aber sehr cooles Spiel von ihnen ist. Ich habe auf der Tribüne gehört, es wäre sinnvoller, wenn VfR am Anfang gleich 0-1 startet. Das wäre dann, glaube ich, besser für die Mannschaft. Wie gehst du diese Thematik an? Ach ja, Spiele müssen so gespielt werden, wie der Schiri sie anpfeift und wie er sie dann wieder abpfeift. Nein, wir müssen einfach klar ein bisschen konzentrierter zu Sachen gehen, direkt das machen, was wir uns vorgenommen haben und nicht erst nach 5 Minuten. Dann eine besondere Frage. Ich meine, ihr habt jetzt Englische Woche hinter euch. Lauftempomäßig, was ich gesehen habe beim Auswärtsspiel und jetzt war, glaube ich, identisch, kann man sagen. Was hast du und der Pierre gemacht, damit die Jungs so fit sind? Ich glaube, wir haben viel richtig gemacht in der Vorbereitung. Ich glaube, der Umsatz, den wir trainiert haben, die Einheiten waren genau richtig aufgebaut. Also da muss ich meinem Fitnesscoach ein Kompliment machen und auch unsere Spielformen, die waren sehr intensiv, also können wir es anscheinend laufen, auch gegen die Profitruppen. Und das ist, glaube ich, aber die Basis, die du brauchst in der Liga. Dann ist natürlich noch heute in den Medien gewesen, Dennis Niebauer, Tor des Monats eventuell bei der ADE ist da drin. Was sagst du dazu? Ja, der Kapoor hat jetzt, wir haben es mal durchgezählt, ich glaube, 6 oder 7 von den Hütten gemacht, seit ich hier Trainer bin, ungefähr aus der ähnlichen Entfernung. Und ja, er hat es mal verdient. Ich würde mich freuen, wenn alle dementsprechend abstimmen würden für ihn, um ihn da ein bisschen zu pushen gegen die Profis. Und dann hoffe ich mal, dass er den Pott dann am Schluss holt. Eine Sache muss ich jetzt auch noch zum Schluss stellen. Du machst den Trainerschein zusammen mit? Daniel Biroffler. Ihr teilt euch ein Zimmer. Ihr werdet bestimmt über das Spiel reden, oder? Ja, natürlich. Wir reden seit dem Lehrgang recht viel miteinander, was das angeht, weil Daniel eine tolle Möglichkeit hat, Gegner zu analysieren. Wir spielen zwei Spiele drauf, immer gegen die Gegner, gegen sie gespielt haben. Das macht es natürlich in ein paar Kleinigkeiten, manchmal einfacher. Ich kann mir zwar auch die 90 Minuten angucken auf Video, jedes Spiel, aber manchmal ist vom Rand aus oder die einzelnen, individuellen Stärken der Spieler, sieht man live besser. Und zu unserem Spiel muss ich einfach sagen, wenn man sich da nochmal mit jemandem austauschen kann, auch nachher, der vielleicht Sachen ähnlich oder auch einmal vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben kann, wo man noch darauf achten kann, dann nehme ich das super gerne an. Dann jetzt noch ein kleiner Satz zur nächsten Woche Rosenheim. Ja, wir haben letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, wie schwer sie zu spielen sind. Wir spielen ein sehr, sehr gutes Defensivkonzept, kriegen wenig Gegentore, sind sehr aggressiv, was das Kontern angeht, sehr giftig und da müssen wir uns gut drauf einstellen. Und ich hoffe, dass wir denselben Speed an den Tag kriegen, wie in den Spielen jetzt. Ich hoffe auch und vielleicht hoffen wir alle dann auch mal, dass wir endlich belohnt werden für unsere Mühlen und das Glück mal auf unserer Seite ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie natürlich gerne mitfahren nach Rosenheim. Dazu können Sie sich gerne an Dominik Hölze wenden, der hat noch bestimmt Plätze für den Bus frei. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.